Euer Koster hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Leute, ihr habt es im Titel entnommen. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein paar sehr geile Teile von Amazon. Das Besondere daran, fast alle dieser Teile kosten weniger als 30 Euro. Es gibt nur zwei Teile, die mehr als 30 Euro kosten. Und es sind alles Teile, die ihr für den Sommer auf jeden Fall gebrauchen könnt. Deswegen lasst uns starten nach einem kurzen Intro. So Freunde, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An dieser Stelle würde es mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr den Kanal supportet. Lasst gerne ein Like da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Im heutigen Video gibt es ein paar sehr coole Teile von Amazon. Und ich habe gerade schon alles anprobiert und abgefilmt. Ich werde euch das natürlich gleich einblenden. Und ich muss vorweg sagen, die Sachen sind wirklich sehr krass. Also für diesen Preis sind das wirklich sehr geile Sachen, haben einen geilen Fit, Qualität ist okay. Und es sind alles coole Sachen, die man diesen Sommer tragen kann. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit, sondern legen direkt los mit dem ersten Teil. Und das ist eine Cargo-Hose. Diese Cargo-Hose hat nur 16 Euro gekostet. Ich habe hier meine reguläre Größe genommen, also eine 32. Und ich muss sagen, für den Preis von 16 Euro ist das eine wirklich geile Hose. Also sie ist aus so einem normalen Baumwollstoff, eher so ein bisschen dicker, wie man das von diesen Cargo-Hosen normalerweise auch kennt. Und alles in allem ist die Hose einfach brutal, muss ich sagen. Also sie hat nicht viel Schnickschnack, was ich persönlich aber auch besser finde bei Cargo-Hosen. Also ich finde es einfach cool, wenn die eine ganz einfache Taschenanordnung haben. Hinten nochmal die Taschen. Und von der Passform ist die wirklich gut. Von der Länge ist die auf jeden Fall in Ordnung. Und für 16 Euro kann man das Ding auf jeden Fall mal abchecken. Es gibt noch viele verschiedene andere Colorways. Aber das Ding, wenn man das jetzt vergleicht mit Cargos, die ich mir so in der Vergangenheit gekauft habe, ist das hier absolut okay, was man für den Preis bekommt. Ich muss sagen, die Qualität ist jetzt keine High-End-Qualität. Aber es ist halt von der Eigenmarke Amazon Essentials. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Teil, was ihr mal abchecken solltet. Und wie gesagt, wegen den Colorways könnt ihr einfach gucken, was euch am besten gefällt. Aber ich finde, eine schwarze Cargo-Pants für den Sommer ist auf jeden Fall ein Must-Have. Trage ich einfach immer sehr gerne. Und deswegen erstes Teil, diese Cargo-Pants. So, dann haben wir noch eine weitere Cargo-Pants. Und zwar in so einem Creme, ja leichter Creme-Grauton würde ich sagen. Und die hat ebenfalls 16 Euro gekostet. Und ich habe hier auch wieder die Größe 32 genommen. Was die jetzt unterscheidet ist... Ach ja, bleib unten. Dass hier oben ein Gummizug ist, also so ein Tunnelzug quasi, mit einem elastischen Bund. Was ich ein bisschen besser finde, als oben die Knopfleiste. Weil das hier trägt sich einfach immer viel bequemer. Und wenn man jetzt nicht genau die passende Größe hat, kann man hier oben einfach mit der Kordel nochmal nachziehen. Oder es dehnt sich ein wenig aus. Wie ihr seht, deswegen finde ich sowas eigentlich immer besser. Und ist einfach passender und man findet einfach besser seine Größe. Bei dieser Cargo-Pants muss ich jetzt sagen, ist das Material etwas dünner, etwas feiner. Die erste ist ein bisschen gröber. Also die stufe ich auch eher Richtung Streetwear ein. Weil dieses gröbere ist meiner Meinung nach immer Richtung Streetwear. Und die hier kann man Richtung Street tragen oder kann sie auch sehr casual tragen. Vor allen Dingen in so einer Farbe wie dieser hier. Weil ich finde, das ist eine sehr feine Farbe. Ob man das jetzt mit einem schlichten Basic-T-Shirt kombiniert. Oder mit einem Hemd und Sandalen im Sommer. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Teil, welches empfehlenswert ist. Und hier auch, was ich sehr schön finde, man sieht hier die Taschenanordnung. Optimale Größe auf jeden Fall. Schön flach, was ich auch immer gut finde. Ich finde es immer blöd, wenn bei Cargo-Hosen die Taschen immer abstehen zur Seite. Weil dann wirkt das Bein auch immer sehr breit. Deswegen hier optimal gelöst. Hinten haben wir eine Tasche. So eine Schlitztasche, keine Ahnung wie man die nennt. Aber auch hier für 16 Euro. Ein wirklich cooles Teil. Und hier gibt es auch mehrere Colorways. Den schwarzen habe ich vorbestellt. Den gibt es aktuell leider nicht zu kaufen. Aber ich habe ihn vorbestellt. Und natürlich findet ihr wie immer alle Produkte, die ich euch im heutigen Video vorstelle, unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Teil. So, wir machen weiter mit einer Art Chino-Linen-Pants. Und ich weiß nicht, aus was für einem Material die ist. Aber die ist Leinen-artig, sage ich jetzt mal. Leinen ist ja in der Regel immer ein bisschen teurer. Deswegen wird das hier kein Leinen sein. Aber vom Look und vom Feel ist es auf jeden Fall wie Leinen. Die Hose hat gekostet 25 Euro, was wirklich ein sehr cooler Preis ist. Auch hier habe ich meine reguläre Größe genommen. Also eine 32. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass die Hose so einen guten Fit hat. Ihr seht das in dem Video. Ist jetzt nicht geschneidert worden. Nichts. Sitzt so, wie sie ist von der Stange. Und ich finde, die passt eigentlich sehr gut. Und gerade sowas finde ich für den Sommer eigentlich sehr cool. Weil das sehe ich wirklich bei so schickeren Looks, wenn man abends irgendwie was essen geht. Ihr seht das Gestalt mit Sandalen, einem Hemd da drüber. Ist einfach ein cooler Look. Man könnte hier auch supergut ein Leinenhemd drüber ziehen. Ob es jetzt in weißes oder in irgendeiner anderen Farbe passt auch immer sehr gut. Und deswegen finde ich solche Hosen für Sommerabende oder auch für Tagsüber im Sommer auf jeden Fall immer perfekt. Und gerade für den Preis von 25 Euro, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Teil, was man mal auschecken sollte. Die Farbe finde ich auch überaus schön. Ist so ein Beige-Weiß mit so einem leichten Gelbstich. Und deswegen kann ich auch hier auf jeden Fall eine dicke Empfehlung aussprechen. Checkt die Hose gerne mal ab. So Leute, als nächstes haben wir uns eine Brille gekauft. Und da ja gerade aktuell dieser Trend mit diesen ganzen randlosen Brillen sehr am Start ist. Man sieht es quasi bei jedem Rapper. Dachte ich mir, macht es doch vielleicht mal Sinn, sich so eine Brille von Amazon zu bestellen. Die ist jetzt von dem Designer Sheem Kelly. Und ich werde die jetzt mal auspacken. Man sieht hier schon bei der Verpackung, also einfach mega. Man sieht jetzt hier das Case. Ja, so sieht man es besser. Sieht eigentlich aus, als ob das irgendwie so ein Federmäppchen von einem Grundschüler wäre. Aber Spaß beiseite. Also Sheem Kelly ist natürlich kein Designer. Die Marke heißt einfach so bei Amazon. Aber ich muss sagen, die Brille hat halt nur 12 Euro gekostet. Und für alle Leute, die mal diesen Vibe mitgehen wollen, der gerade aktuell am Start ist, diese Welle mitreiten wollen. Ich muss sagen, ich habe ja ein Original-Cartier und diese Brille ist vom Design her extrem stark an die Cartier-Brille angelehnt. Und ich muss sagen, die Gläser sind mir persönlich so ein bisschen zu dunkel. Von der Verarbeitung ist das jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts super Hochwertiges. Aber ich weiß, dass viele da draußen immer wegen meiner Brille gefragt haben. Und das hier ist jetzt mal eine sehr günstige Alternative. Und ich finde, da diese Brillen ein bisschen spezieller sind, ist das auf jeden Fall mal ein gutes Teil einfach, um das vielleicht mal auszuprobieren. Wie gesagt, die Qualität ist jetzt nicht super gut. Aber wer einfach nur mal diese Optik haben möchte, der kann das Ding auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich setze das jetzt mal eben auf. Das Etikett lassen wir dran, weil das Ding auf jeden Fall wieder zurückgeht. Aber so seht ihr das einmal. Und ja, mit so einer Brille habt ihr quasi auch diesen Vibe, der aktuell wirklich sehr trendy ist. Ich finde den auch sehr cool. Und deswegen an alle Leute, die da immer fragen wegen diesen Brillen, könnt ihr gerne mal abchecken. Gibt es auch noch in vielen verschiedenen anderen Farben. Ich fand die Farbkonstellation jetzt am besten. Wobei ich halt sagen muss, dass die Gläser mir persönlich etwas zu dunkel sind. Aber ich wollte es einfach mal mit reinnehmen, um vielleicht dem einen oder anderen zu empfehlen, der daran Interesse hat. So, als nächstes kommen wir zu einer Cargo-Hose. Und ich muss sagen, diese Cargo finde ich vom Fit einfach super brutal. Ich habe bestimmt vier, fünf Cargo-Hosen zu Hause. Und eigentlich habe ich immer eine Cargo gesucht, die so einen schönen Straight-Fit hat. Die nicht zu weit ist, nicht zu eng ist. Und ich habe eine sehr schöne von Gantt, die allerdings so ein paar Makel hat, wo ich nicht so ganz happy bin mit dem Fit. Und jetzt habe ich bei Amazon diese Hose hier bestellt. Hat gekostet 21 Euro. Was wieder mal ein super günstiger Preis ist. Größe, die ich hier in dem Video gleich tragen werde, ist 32,30. Und die Farbe ist halt dieses Olivgrün. Gibt es auch wieder in vielen verschiedenen Farben. Und ich kann euch einfach sagen, vom Fit her ist das für mich persönlich wirklich eine der besten Cargo-Hosen, die ich jemals angezogen habe. Weil ich genau so einen Fit haben wollte. Die sieht locker aus, aber sie sieht nicht zu locker aus. Und sie sitzt einfach perfekt. Stackt schön auf den Schuhen, wie ihr sehen könnt. Hat einfach ein gerades Bein. Und gerade das habe ich bei einer Cargo-Hose gesucht. Was man auch sehr gut sehen kann, ist, dass die Taschen eine schöne Anordnung haben. Nicht zu groß sind, schön flach sind. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass diese Cargo-Hose bisher mein absoluter Favorit ist. Auch wenn es nur eine Cargo ist für 21 Euro. Ich muss dazu sagen, klar sieht man hier mal hin und wieder eine Naht, die nicht sauber genäht ist. Aber ihr dürft nicht vergessen, die Hose kostet halt nur 21 Euro. Ist jetzt auch von Amazon Essentials. Ich habe drei, vier Hosen, die ich häufiger trage von Amazon Essentials. Die sind von der Quali auf jeden Fall cool. Also kann man nicht meckern. Aber es ist halt kein High-End-Produkt. Aber das kann man auch für 20 Euro einfach nicht erwarten. Und deswegen, wer noch eine coole Cargo sucht, die einen schönen Straightfit hat. Nicht zu weit ist, nicht zu eng ist. Auf jeden Fall, das Ding hier eine absolute Empfehlung von mir. So, zu guter Letzt habe ich noch ein Set gefunden. Und zwar von Tommy Hilfiger in Kooperation mit Amazon. Das Ding habe ich zufällig gesehen, als ich am Stöbern war. Und ich finde da aktuell dieser Patchwork-Trend, also so zusammengesetzte Pieces, einfach sehr aktuell ist. Dachte ich mir, das könnte man doch mal bestellen. Erster Eyecatcher war jetzt die Jeansjacke. Die kommt aber gleich. Und dazu habe ich die passende Hose bestellt. Was jetzt hier sehr cool ist, ist halt hier oben der Bund, der in einer anderen Farbe ist. Finde ich sehr cool. Schade ist natürlich, dass man bei einer Jeans den Bund meistens ähnlich sieht, weil das T-Shirt drüber ist. Außer man steckt das T-Shirt in die Hose, was ich bei Jeans halt nie mache. Deswegen schade. Aber optisch sieht es trotzdem sehr geil aus. Und wir haben hier hinten nochmal eine Tasche, die ebenfalls in der helleren Farbe ist. Was auch sehr cool aussieht. Zu der Hose an sich muss ich jetzt sagen, ich muss mal nochmal abchecken, wie die Stoffzusammensetzung ist. Hat 99% Cotton und nur 1% Elastan. Denkt man normalerweise, dass sie nicht so stretchy ist. Aber sie ist wirklich extrem stretchy. Also bei der Hose hätte ich mindestens so 20% Elastan erwartet. Weil die ist wirklich sehr dehnbar. Aber sie hat tatsächlich nur 1% Elastan. Komisch eigentlich. Aber alles in allem finde ich die blaue Waschung ganz gut. Ich weiß, dass ich sie nicht behalten werde. Weil es einfach nicht so meine Jeanswaschung ist. Aber dennoch finde ich sie ganz in Ordnung. Ich denke, der eine oder andere wird so dunkelblaue Jeans mögen. Ich mag es gerne ein bisschen heller. Deswegen wollte ich die auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Und kostet halt auch nur 40 Euro. Deswegen wirklich ein guter Preis für eine Tommy Hilfiger Jeans. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber was ich wirklich interessanter fand, ist einfach diese Denimjacke hier. Hat jetzt 70 Euro gekostet. Also ist dieses Teil, was so ein bisschen den Preisrahmen unseres Videos sprengt. Aber es ist auch irgendwo ein besonderes Teil. Also auch hier diesen Patchwork Look, sage ich jetzt mal. Oben dunkel, unten hell. Und ich habe jetzt die Größe L genommen. Eigentlich hatte ich eine M bestellt, dachte ich. L ist mir einen kleinen Ticken zu groß, weil die halt ein Oversize-Fit hat. Aber sitzt dennoch okay. Ich habe jetzt die Ärmel hochgekrempelt. Was ich meistens auch immer mache, wenn ich Denimjacken trage. Und ihr seht das in dem Video. An sich ein ganz cooles Teil. Einfach mal was anderes. Komplett anderer Vibe. Und gerade zur aktuellen Zeit passt es auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, langfristig gesehen wird das jetzt nichts sein, was man immer tragen wird. Aber wer auf den aktuellen Trend mit aufspringen möchte, also sowas ist gerade aktuell sehr am Start. Der kann das hier auf jeden Fall mal abchecken. Von der Qualität her ist die ähnlich wie die Hose. Ist auch so ein bisschen stretchiger, sage ich jetzt mal. Und alles in allem finde ich die Teile optisch sehr cool. Aber ich denke, ich werde sie nicht behalten. Aber ich wollte sie dennoch reinnehmen, weil ich denke, das könnte für den einen oder anderen von euch auf jeden Fall interessant sein. So Leute, alle Teile, die ich euch vorgestellt habe, wie immer unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr Fragen habt, stellt diese gerne in die Kommentare. Falls euch diese Empfehlungen und das Video gefallen haben, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Kanal supportet. Lasst ein Like da. Lasst auch einfach ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.